Der Frühling ist da. Endlich. Was liegt da so näher, als die Liebe als Thema für eine Lesung zu wählen? Und genau das werde ich tun. Am 26. April um 19 Uhr werde ich in der Buchhandlung Belearti in der Wiedner Hauptstraße 131 in Wien aus einigen meiner Bücher ausgewählte Texte zum Thema Liebe in all ihren Phasen und Facetten für dich lesen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und bitte dich, dich auf jeden Fall anzumelden, weil wir begrenzte Platzzahl haben. Du findest den Link, wo du dich anmelden kannst, unterhalb von diesem Video. Was ich mir für diesen Abend wünsche, ist, dass wir alle gemeinsam in den Endorphinen schwingen, also in Glückshormonen. Glückshormone sind die besten Antagonisten der Stresshormone, also nicht nur angenehm, sondern auch sehr gesund. Und ich hoffe, wir schütten reichlich davon aus, in der Identifikation mit einigen der Figuren, über die ich lesen werde, aber auch in eigenen Erinnerungen, Liebeserinnerungen aus unserer Vergangenheit, die als Assoziation zu meinen Texten hochkommen. Es wird also ein sehr heilsamer Abend, auf den ich mich sehr, sehr freue und ich freue mich, wenn auch du dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und die Fähigkeit, all die Wunder deines Alltags zu erkennen und für Glückshormone zu nützen, wieder die Glückshormone. Aber sie sind tatsächlich sehr, sehr wertvoll und wichtig. Namaste. Mireille Z 해주chi. Jurte.